caroline hören sie mich bevor sie hochgehen passen sie bitte auf meine leute auf während ich das hier erledigen ist gut du hast es gesehen fehlt der kopf Dieses Kopfhörer ist. Wir haben hier wieder verschiedene Waffen. Odin. Wie Sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich! Natürlich haben wir alle Augen gemacht. Das hätte ich noch leiser machen können. Vielleicht ein bisschen Hidu irgendwo. Kommt durch. Auf hinten. Das ist ja besser schlecht. Wie soll ich das denn finden? Äh, lesen ist jetzt gerade nicht so gut. Na, das war... Wie Sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Das ging mal leiser. Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich! Tja! Tja ja! aber durch Verstärkung finde ich nicht so toll. Oha. Oha Munition. Verdammt. Ja dann brüche ich auch bald mal. Verdammt. Verdammt. Um die Zonen. Haben wir's dann. Oha. Oha. Warte mal. Oha. 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 Oder automatische Sicherheit. Ähm, wiederum war was. Hier ist was, da müssen wir hin. Und kommen wir dahin. Das ist mir noch nicht ganz klar, wie wir da hinkommen. Okay. Die anderen Seite öffnen. Okay. Mach ich nur die Waffe, oder was? Okay. Bei Wurf. Aha. War noch schon drin. Der Tank sieht explosiv aus. Dann sollten wir vielleicht nicht... Wir sollten vielleicht nicht daneben stehen. Eine Bombe haben wir nicht hier reinspassen können. Und dann können wir uns hier wiederholen. Und dann können wir uns hier wiederholen. Tja, wo warst du vielleicht? Tja, wo warst du? Ich bin lebensmüde. Was könnte so hier passieren? Verstehe ich es nicht. Ich würde mich hier hin sichern bringen und dann schießen wir, aber können wir durch die Scheibe schießen? Hm, ich weiß es nicht. Irgendwas das machen kann. Hier ist ein Stau. Ich bin gerade ein bisschen unterfragt. Die Wurf 8 wird da nicht viel bringen. Ich habe es mal nur. Ich bin gerade ein Stau. 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 Und was? Ich bin gerade ein Stau. 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 Ich bin gerade eine Webseleitung. das team schicken der seinung gibt es hier irgendwas was uns hier weiter Eine neue Waffe, vielleicht auch etwas, was wir übersehen haben. Oh, das ist ein Waffe. Ja, ich bin ein Waffe. Und dann passen wir uns in 2.5 Punkte. Ich weiß nicht, dass wir uns... Ja. 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 mit einer Granate wie macht man Granatenkampf f um meine Granaten zu werfen oh oh ein neuer Ausgang das war nicht gut was war das jetzt hier dann schlägt der Arm ach komm okay okay shit was ist denn der Kommandant der Jammer Versteckung gerufen älter schon wieder f zum Granat werfen ja ja sch 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 Und Weidung. Weidung gab es hier drüben. Und auch nicht. Ich brauche dringend einen Teil, wenn hier irgendetwas wäre. Carolina, es tut weh. Leiden Sie mir Ihre Flügel. Hm. Halt! Sofort stehen bleiben! Da ist sie, die Steuerzentrale. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da! Haltet euch sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt. Ah! Da! Schiff versinkt. Max! Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Mattel! Sie sind auf die Seite! Wach auf, Max! Oh Gott! Max, alles! Max, alles! Er ist da! Max! Max! Okay, kommt jetzt! Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blazkowicz! Ach! Ach! Kapuz! Oh scheiße! Caroline! Jetzt müssen wir hier wieder raus! Die Hammerfraust ist frei! Und ich gehe zurück zu unseren Leuten! Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Jetzt müssen wir hier den Weg wieder rausfinden! Oh scheiße! Was bist du denn bitte? Okay, jetzt Opfer keine Granaten mehr haben! Was zum Fick! Was bist du? Okay, es kann hoch! Hey, die Scheiße! Super Soldat oder sowas! Indemst du mir wieder rauskriegen! Du bist doch ein Fick! Wie? Ja! Wie? 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 Bis jetzt sei das noch nicht die größten Schalen gemacht, aber... WTF? Okay, es scheint dauernd zu sein. Der ist ein Gewehr. Okay. Warum mit... Um eine andere V auswählen... Okay. Habe ich, glaube ich, jetzt... Okay, schade, ich will doch mitnehmen. Das war zum Klim. Eingeschmurzten. Als ob. Mutsmäßige Waffe in der Hand und dann. Eingeschmurzten.